Javon! Ohm GP, Alter! Javon Genos-Zeit Muss ich erstmal kurz nachgucken, was das ist Javon Ich hab keine Muni mehr, ach du scheiße Javos hab ich schon gesehen Uiuiui Hoffen bin ich noch ein bisschen weit entfernt Blah Die geile, ihre geile Mikrofonqualität, ich erinnere mich Ist ja auch schon wieder zwei Tage oder drei Tage her, ist auch Papa Ohja Das stimmt Wann war das für gerade? Heute ist Sonntag Äh, Donnerstag, oder? Ja, Donnerstag war das Mhm Mhm Ich freilag ja halbwegs früh aufstehen musste, ich erinnere mich Naja Für zwei Tage her Ja, guck mal Was finde ich noch? Waiyip China Profile thesis of Dr. Ho Waiyip, the Education University of Hong Kong Waiyip Ho Fellows, Nantes Institute for Advanced Study Foundation Waiyip Lam University, Research Research Waiyip Waiyip Ah Ist auch wieder ein Typ Guck mal Waiyip 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 sich irgendwann um drei um morgen auch noch was ist das für eine welt warum existieren solche infos war das wie heißt es auf deutsch gucken was das ist er ist auch erfunden alles erfunden alles tape hier nächstes erfahren wir noch dass wakun city auch nicht existiert existiert es im prinzip ja nicht mehr wird ja kaputt gemacht das spielt eigentlich operation record monz 98 also das spielt in record city ja ja deswegen also quasi zur zwischen evil 2 und gleichzeitig ja gut drei spieler auch es ist aber einfach das sind wir auch zusammen spielen es ist einfach nicht so toll das ist ja auch ein kurv shooter eigentlich ne genau genau das kann man machen erstmal hauptreihe durch ja und dann so spin-offs und so genau das ist eigentlich nur die ganze zeit den helia fahrer das sind doch irgendwie ein paar andere typen hier die man auch Ich weiß nicht, was ich hier tue und warum ich hier bin. Ach guck mal einen an. Ja moin, du liest aber sexy aus. Ich hab keinen Kopf mehr. Haha! Okay, ich, ich, nee. Was wir denn jetzt machen? Einfach ein Handy abbadern? Ich hab noch ein paar leften. Wir mussten halt die ganzen Jabo nur töten. Jetzt müssen wir die immer noch töten. Wow. Ich dachte, wir können jetzt einen Helikopter abschießen, aber nee. Ich schieße die ganze Zeit daneben. Das war ein Folterfahrer. Jetzt der Helikopter. Ja. Alles klar. Was hast du gemacht? Nee, da war eben so, so, so ein Zombie. Das war nur Zombie-Stern. Äh, Joavo heißen die. Ja, ja. Ja, quasi auch. Ich hab eben an dieser einen Stange da voll krassen Move gemacht. Reingesprungen, hat dann irgendwie so ein Saito gemacht. Das war sehr interessant. Bist du sicher, dass das nicht einfach Jake war? Das kann halt auch sein. Das sieht halt, ne? Ich weiß ja, wie er aussieht. Ja, das sieht halt so ähnlich aus, ja. Wie wir einfach schon kaputt ballerst. Nicht mehr kaputt reden. Ich hab echt einen Munizungsmangel, ne? Oh. Noch 41 Schuss für die... Maschinenpistole, ass fuck. Maschinenpistole, ass fuck. Maschinenpistole, ass fuck. Da liegt ne Waffe. Panatwerk. Ohohohohohohoho... Hmhm. Budeln sie den Helikopter vom Himmel. Nichts lieber als das. Outsch Jetzt D, D D D Oh, der ist fast D D D, D D Die, 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 die Easy Die B.O.W. Wir können sie wegziehen. Wir müssen die B.O.W. Aber die B.O.A. ist nach dem B.O.W. Ich habe gesagt, wir müssen die B.O.W. Wir müssen die B.O.W. B.O.W. Hat uns nicht mit dem B.O.W. B.O.W. Im 1080p unserer nadzieję ein. � Nicht wahr. Echt! Ich habe jetzt wieder so viele Granaten. Ich hab mich bis jetzt nur einmal geheilt, nämlich mit dem Heilspray. Ich habe noch kein einziges einverbraucht. goaler. Ich schon! Ich щеim. Ich habe noch sechszehn. Ich habe, weißich nicht, drei vier benutzt oder so. Wir hatten noch gerne... der freundschaft heute genau ist noch ein sehr viel einfacher multiplayer kann halt ein oh hier ist ein emblem komm zu mir wenn du ein emblem möchtest ich möchte ein emblem zeige es mir da bin ich vor allem auch noch so ein teil rum alles Kapitän, warte! Die! What the hell were you thinking, pulling a kamikaze stunt like that? These are my men. You follow my lead or I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Fall in line, soldier. You heard the man, let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving. Shut up and keep moving. Chris is very emotional this time. Inspirating. Very inspiring. Awesome. Ah, here is a door. Awesome. Immer bin ich der letzte an der Tür. Ja. Ja. Ja, ist okay. Dammit. Kann ich schießen? Ich will schießen. Ich auch. Oh, ich hab mich immer schon gewundert. Kann ich mich mal schlafen. Was ist denn da jetzt passiert? Ich hab mich die Kamera aber komplett durchgedreht. I gab es nicht. Mach das. Man 3점 Ich hab dich nicht in der wante. Hey, you sneaky piece of shit! The shit's in the way. Give me a hand. Piers. Piers. Ja, ist ja gut. Warte, äh... Warte, wie machen wir nochmal Sprüche? Ja, okay. Nein, dauert irgendwie. Warte mal, wie machen wir das nochmal? Ja, brutal, ne? Ich... Ah, so. Roger. Oder war der noch besser? Ne, jetzt geht es nicht mehr. I can't race. Follow me. Hold your fire. Vorrat euch mit Nein antworten, das ging irgendwie auch. Move it. Hold your fire. Hold your fire. No way, not now. I'm on it. Follow me. Mhm. Anvisiere. Äh. Ach, komm. Kann ich Danke sagen? Ich kann ja mal machen, so. Muss dann eine... Ohne Seile. Muss halt eine Tasse gedrückt halten, dann hab ich alle Auswahl. Ah, nein. Okay, ich weiß nicht, aber... Ohne. Ich bin hier. Echt? Kann ich hier. Ja, dann bin ich in der Mitte. Ich bin hier. Ah, jetzt kann ich wieder gehen. Ich fahr schon. Ja. Ich bin doch irgendwann an dem Stockberg. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Hier, guck mal nicht lang. Ich habe nicht das Kerl geöffnet. Wo, wo, wo? Ich kann doch nicht diese Tür hier hin, du bist. Komm, wir können hier. Ach so! Hi. Hallo. Okay gut. Brutal. Ja, Gatt. Hier. Ja. Oh, Bisse. Cool. Wir wollen mir ein Gebiss nehmen. Gebiss? Ich habe verstanden, wo Bisse? Ne, Gebisse. Das ist aber auch so ein Wort, was man so, ich weiß nicht, alle drei Jahre vielleicht mal benutzt. Gebisse. Ja, man kennt es, ja. Kann ich interagieren? Oh. Ah. Jetzt. Was? Where are you, you son of a bitch? Huh? Seelie! Nein. Nein. Ich habe gerade mein Auge gekratzt. Ja. Nein. Nein. Da! Das ist genau da! Ich hab's geboxt und beabsichtigt. Ich hab's abgeschossen. Ey, diese Kamera verführt mich. Ich denke, es ging durch da, Kapitän. Ich gehe nach. Erstmal Schwein prügeln. Warte mal. Ich bin schneller als du. Oh, es geht gar nicht. Was ist denn da los? Kontrollpunkt mit einem Bosskampf. Cool. Yeah. einen guten, äh, ein guter Bosskampf auch schon. Ja, ich hab den, glaube ich, gekriegt. Gerade, als genau du gerade. Du gerät. Es kann nicht. Es kann nicht. Zeig dich. Es kann nicht. Ah! Ein Laserpointer? Äh... Die geht nicht immer so komisch in seiner Unsichtbarkeit.